Deswegen wollen wir die AHA-Regeln weiterentwickeln und im Winter ergänzen. Einmal auch noch mal darauf hinweisen, dass es Sinn macht, um ein A zu ergänzen für App, die Corona-Warn-App gerade jetzt zu nutzen und um ein L zu lüften. Und bei Kühl und Wetter versuchen Sie, die drei Gs zu vermeiden, die geschlossenen Räume, Gruppen und Gedränge, Gespräche in lebhafter Atmosphäre und engen Kontakt zueinander. Vielen Dank.